Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 30. Oktober. Heute dabei iOS 12.1, Apple Watch, Instagram Direct, MyTaxi und Tesla. Ja, heute Abend steht der große Apple-Event an. Es werden wahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr sicher neue iPads vorgestellt und vielleicht auch neue Macs. Da hoffen viele drauf. Vielleicht wird auch endlich der Start von Apple Pay in Deutschland bekannt gegeben, wo auch ganz viele mehr oder weniger fast täglich drauf warten, nachdem auch letzte Woche ja wieder ein paar Leaks waren. Und ein weiteres Indiz ist vielleicht auch, dass Apple gestern bekannt gegeben hat, dass heute und dann wahrscheinlich auch heute Abend um die Kino drumherum das neue iOS-Update ansteht. Und zwar Version 12.1 und die bringt neue Emojis. Ja, also ok, die bringen sie auch. Das ist nicht das größte Feature, aber für manche vielleicht doch. Naja, was gibt es denn noch so? Es gibt die Live-Tiefenkontrolle für den Portrait-Modus vom iPhone XS und XR und die Dual-SIM-Unterstützung für die neuen iPhone-Modelle. Aber das große Highlight ist Gruppen-Facetime, also der Videochat von Apple. Der kann jetzt mit bis zu 32 Personen geführt werden und dabei ist er dann auch so ein bisschen intelligent, erkennt, wer aktiv ist, wer gerade spricht, vergrößert den. Und ja, also ich mache eher selten Videochat mit so vielen Leuten und bin mal gespannt, wann da der erste Use Case wirklich auftaucht. Wenn ihr das macht, dann würde ich mich mal echt interessieren, wofür und weswegen. Also bei mir ist das meistens, wenn eine Telco mit vier bis sechs Mann und dann ist das das Maximum. Bleiben wir aber gleich beim Thema Apple. Die Apple Watch, die ja vor ein paar Monaten vorgestellt worden ist, oder ja, ich dachte mal ein paar Monaten, wahrscheinlich waren es nur ein paar Wochen, also sechs Wochen oder so. Die Apple Watch Series 4, die hat ja eine EKG-Funktion und es war schon bekannt, dass die wohl erstmal nur in Amerika nutzbar ist. Das hat wohl auch ein paar rechtliche Richtlinien, weil es dann als medicinisches Instrument gilt und das ist dann wahrscheinlich in Europa anders als in Amerika, zumindest die Zertifizierung. Und jetzt hat 9to5Mac berichtet, dass man wohl relativ einfach das auch außerhalb Amerikas nutzen kann und zwar ganz einfach, indem man die Region auf USA stellt. Und Region und Sprache sind auch zwei unterschiedliche Sachen. Ihr könnt also weiterhin die Apple Watch auf Deutsch lassen, müsst aber nur die Region auf US umstellen. Das Ganze ist noch aus der Pre-Release-Software, sprich kann sich durchaus noch ändern, aber man rechnet damit, dass es eben nicht so ist. Und dann könnt ihr zumindest ein EKG machen, was dann, ja, euch vielleicht hilft, weiß ich nicht, rechtzeitig den Arzt aufzusuchen und da ein offizielles EKG machen zu lassen. Wo wir gerade davor noch von dem iOS-Update mit Gruppen-Facetime gesprochen haben. Instagram, die haben auch ihren Videochat aufgebohrt. Da war nämlich bislang die Begrenzung bei vier Personen und wenn Apple 32 bringt, lässt Instagram sich bei Instagram Direct im Videochat nicht lumpen. Und, ja, jetzt können das sechs Leute. Also eigentlich genau die Zahl, die ich in so einer Telco maximal habe, allerdings mache ich auch keine Telcos in Instagram. Ja, wenn man den Instagram-Videochat laufen lässt mit sechs Leuten, dann kann man den auch minimieren und weiterhin Instagram rumscrollen. Und ich persönlich kenne da auch keinen, der das macht, aber, ja, vielleicht ihr. Was ganz anderes jetzt. MyTaxi. Das ist ja eigentlich relativ bekannt. Wir, also zumindest ich erwähne ja auch ab und zu hier mal einen Gutschein, die ja regelmäßig irgendwie rausgebracht werden. MyTaxi hat jetzt angekündigt, dass sie Elektroroller in Südeuropa testen wollen und dann im nächsten Jahr wirklich komplett ausrollen, um so die, in Anführungsstrichen, letzte Meile oder die kleinen Wege damit ergänzen, zu den Taxis den Leuten anbieten zu können. Und Elektroroller, das sind jetzt nicht diese Roller à la Vespa wie bei Coupe, was ja der Martin und ich in Berlin getestet hatten. Nein, es sind wirklich der klassische Tretroller in der Elektro-Variante. Und dafür nutzt MyTaxi die Elektroroller von Segway und zwar, genauer gesagt, den IS-4-Sharing-Scooter. Wird das Ganze wahrscheinlich auch noch irgendwie branden, aber die Marken, also die Markenbenennung oder wie man es auch nennen will, die Marke an sich, die ist noch nicht bekannt. Sie wollen dann, wie gesagt, jetzt erstmal testen und es ist ein heiß umkämpfter Markt. Da passiert sehr viel. Die größten Anbieter sind eigentlich Lime und Bird, die in vielen Großstädten schon aktiv sind. In manchen Städten oder Ländern, wie zum Beispiel auch Deutschland, ist es teilweise noch schwer, weil gewisse rechtliche Grundlagen fehlen. Aber da wird sich einiges tun und ich glaube, die E-Roller sind durchaus beliebt und ich freue mich auch schon drauf, da mal einen demnächst testen zu können. Und letztes Thema, wie immer, keine Woche ohne Tesla. Und was hat Tesla gemacht? Tesla hat einen Teile-Katalog veröffentlicht und zwar für alle Tesla-Modelle. Von dem ursprünglichen Roadster bis zum aktuellen Model 3 gibt es nun einen Katalog, der alle Teile aufzählt, die so in der Tesla verbaut sind. Teilweise mit Schema, Diagrammen oder wie man das so nennt, keine Ahnung. Punkt, dass man sehen kann, wie man die theoretisch einzubauen hätte. Denn ja, das Problem dabei ist, ja, man sieht die Teile, aber man kann sie nicht kaufen oder bestellen. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie anfangen kann, zu Hause an seinem Tesla rumzuschrauben oder vielleicht bei der günstigen Werkstatt nebenan mal anzuklopfen. Andererseits denke ich mir auch, wer einen Tesla für nicht gerade wenig Geld kauft, der wird wahrscheinlich auch ganz normal mit der normalen Tesla-Service-Werkstatt klarkommen. Und für wen jetzt dieser Teile-Katalog wirklich am Ende richtig gedacht ist, ich weiß es nicht. Naja, so, das war es auch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Morgen wird es dann wahrscheinlich erstmal ein paar News aus der Apple Keynote von heute geben. Aber bestimmt auch noch ein paar andere News, deswegen hört morgen früh wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.